26.000 laufen heuer mit, werden wir schauen. Voriges Jahr war ich gut, aber heuer möchte ich noch besser sein. 4,1 Kilometer ist im Endeffekt kein Problem für mich. Drei Wochen geübt. Zwei Mal in der Woche laufen gehen. Ich hoffe es reicht. Ich habe eher nichts gemacht. Dabeisein ist alles wurscht, wie Hauptsache man kommt. Es geht ja mehr um den Spaß. Wir wollen nicht unter die Letzten sein. Ich glaube in zwei Stunden werden wir das schaffen. Nicht überanstrengen, sondern eher den Lauf genießen. Durchkommen ist das Wichtigste. Ja, wir sind vor 13 Jahren bereits auf die Idee gekommen, initiiert und angestoßen vom Gerhard Seidel. Er hat uns überzeugt, dass eigentlich Sport und Energie sehr gut zusammenhängt. Wunderbares Event, wo sich die Mitarbeiter treffen können, anders als in der Arbeit. Ich bin sicher, da wird viel positive Energie herauskommen. Die Wiener Linien sind natürlich Mobilität pur in Wien und alle machen mit und das ist eigentlich das Tolle hier. Die Leute sind so gut drauf und haben so eine Breite am Laufen. Vor allem wenn man die Stadionrunde macht, da ist die Stimmung einfach hervorragend. Da holt man die letzten Kräfte aus den Muskeln heraus, damit man so schnell wie möglich im Ziel ist. Wir gewinnt es. Wiener gibt es es lang. Hier bei uns im Ziel die Startnummer 4.699. Und das wird einer Hammerzeit. Komm her zu uns ins Ziel. Super war's. Toll. Ich hätte noch 10 Kilometer rennen können. Anstrengend. Aber wir haben es klappt. Vor allem ich und viele andere auch. Hat Spaß gemacht, wieder mal dabei zu sein. Ich bin euphorisch. Toller Event, toller Fahrsthalter. Ganz genial. Könnte nicht besser sein. Alles ein fröhliches Passt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.